Ja, irgendwann brauche ich meinen eigenen Skin nicht mehr, glaube ich, wenn ich immer hier so aufkreuze in meinen Videos. Aber, ähm, ja, ich habe einfach gewusst nochmal, Minecraft 5 zu spielen. Auch wenn das letzte Video war, was ich hochgeladen habe, naja, wenn man sich mal anschaut, wann das war. Upp, weg war's. Ähm, das war vor fünf Monaten, ähm, das war ein bisschen her. Seitdem war es recht still auf meinem Kanal, muss ich zugeben. Ähm, naja, und jetzt, weiß ich nicht, ist gerade gleich halb zehn abends und eigentlich überhaupt nicht meine Zeit. Ich bin eher so der Tagsüberspieler. Ich war abends und ich weiß nicht, ich hatte einfach Lust. Und jetzt geht's rund mit einer kleinen Runde Mario Party mal wieder. Ähm, nach, wie gesagt, knapp fünf Monaten, oder über fünf Monaten sogar. Weg mit dem Spiel hier, was ich natürlich prima kann, äh, was ich auch sehr gerne mag hier. Nicht, ähm, aber trotzdem läuft mir gerade recht gut. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir trotzdem nicht wirklich weiß. Naja, auf jeden Fall, ähm, nein. Oh, boah, ich bin der ersten wieder schnell. Was sind wir denn, Platz sieben? Oh, boah, passt schon. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt mal wieder weiter auf dem Kanal hier. Ich hab in der ganzen Zeit hier in den knapp halben Jahr viel gemacht. Nicht viel auf YouTube, aber viel gemacht. Und, ähm, ja, da ist halt YouTube ein bisschen runtergegangen. Aber, das heißt nicht, dass ich aufgehört habe. Ihr seht's, es geht weiter. Was spielen wir denn jetzt? Ähm, wir spielen Schießstand. Wenn's nicht leckt, wie sonst manchmal, ähm, können wir das spielen. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann soll ich nicht eigentlich hoffentlich ne gute Platzierung drin erreichen. Also, ich kann nicht darauf ziehen, äh, schieben, dass es leckt. Nein, es leckt ganz und gar nicht, bin einfach, nicht, äh, startet hier. Komm, den goldenen, den goldenen, den goldenen. Aber es bringt mir nix, mich nur auf die goldenen zu können zu sehen. Schon mal besser. Was lustige ist, ich hab ja seit dem letzten Video eigentlich auch privat überhaupt kein Minecraft gespielt. Das heißt, ich spiele gerade das erste Mal wieder seit fünf Monaten Minecraft. Nehmen seit fünf Monaten das erste Mal wieder was auf. Ähm, sieht man ja, ob das, dass das nicht so Erfolg hat. Anscheinend. Komm, oh Mist. Komm, doppelt es, boah, Punkte. Oh Gott. Ja, ich war mal besser. Dich aber und dich mal. Ja, äh, zwölfter Platz ist jetzt, naja, ähm. Na ja, hauptsache hab ich was an der Freude, nicht wahr? Ähm, aber immerhin noch vierter Platz. Ähm. Und das anscheinend auch nicht alleine und mit der Sechs schon wieder sollten wir auch gar nicht so weit zurückgehen und Bowserfeld bitte noch vorwärts bitte. Boah, vier Felder. Also, ähm, dann will ich mich jetzt einfach mal nicht beschweren, ähm, über irgendwas. Darüber, dass das Spiel, naja, so gelaufen ist. Aber, wie ihr seht, wir sind auf dem zweiten Platz. Womit ich irgendwie nicht gerechnet hätte. Na ja. Jetzt geht's weiter mit freiem Fall. Mit vielleicht besserem Erfolg. Vielleicht auch nicht. Ja. Werden wir mal sehen. Wenn eine gewisse Map kommt, die ich überhaupt nicht kann, ähm, okay, wie, okay, wenn wir auch mal nicht hier wieder gucken. Es gibt eine Map, die kann ich überhaupt nicht. Wenn die kommt, dann, äh, Mist, dann ist es irgendwie, den Untergang geweiht. Ähm. Okay, ich muss mal hier den ersten Sprung. Okay, jetzt wollen wir erstmal mal Neues gesetzen. Ein, ähm, ein Ehrensprung. Ein, 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 ähm, den hier wollen wir schaffen, bitte. Ja. Okay, ich bin zufrieden. Okay, die Map, die mag ich jetzt so gar nicht. Und jetzt leckt's auch noch. Ah, knapp. Komm. Einfach mal bitte Daumen drücken für mich und dann klappt das. Yes. Oh, gerade geschafft. Na ja, zwei zur Sprung. Zwei Sprünge geschafft. Ähm, das ist, joa. Besser als meine sonstige Leistung, den ich will. Von daher, jetzt noch ein Würfelglück dabei. Das war jetzt, glaube ich, die dritte Sechstunde Folge. Also, man, es mag unverdient sein bisher, aber, ähm, ich will mich mal nicht beschweren. Ähm, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, wir sind immer noch zweiter Platz. 31, okay. Gangi! Oh, das kommen heute meine Lieblingsspiele nicht. Ähm, aber das soll ich trotzdem nicht davon abhalten. Weitere zu machen. Okay. Das Problem ist, ich laufe immer irgendwie weg, ich weiß auch nicht. Das ist halt nicht, äh, Sinn der Sache. Außerdem bin ich im PvP, also im Dreck-Nahkampf überhaupt, äh, eh kein... Da ist er. Aber, naja. Was soll's. Oh nein. Oh. Richtig abgestaubt. Sie, hat er, keine Ahnung, ich hab nicht noch geachtet. Oh, wer ist kurz vor dem Sieg? Lea Loli. Okay. Ich glaube, das war auch wieder Best Leistung, ich weiß nicht. Es sieht heute irgendwie so aus, als hätte ich irgendwie nie so ein prima Leistung, immer so vierter Platz, etc. Aber, ähm, ja. Ja, das sind für die Spiele echt tolle Sachen, muss man mal tolle Plätze, muss man sagen. Oh, der Filmab hat auch nur 46 Felder, sehe ich gerade. Ähm. Wollen wir doch mal sehen. Wollen wir doch mal sehen. Boah. Mega abgerutscht. Ja, der Rennen, naja. Vielleicht bin ich ja da ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mach mal direkt mal hier so. Es geht direkt nach rechts, okay. Wenn wir mal die Kurve recht eng nehmen, aber nicht zu eng. Also, damit wir hier nicht hängen bleiben. Ja. So ist es. Oh Gott. Ach, da bleibt hängen. Ähm. Also, ich weiß ja nicht, ob das in der Wüste vorteilhaft ist, wenn man in der Karawane ganz hinten ist. Oh, ich glaube, bei den Stielen hier ist das nicht vorteilhaft. Warum falle ich die ganze Zeit runter? Oh, Entschuldigung. Warum falle ich hier denn die ganze Zeit runter? Ähm. Ich verstehe es nicht. Aber naja. Ist das auf Sehensand, dass man unterfällt? Ich spiele das Minispiel recht selten, muss ich ehrlich sagen. Bzw. es kommt halt bei mir echt selten. Ähm. Ich weiß nicht, ob man beim Sehensand runterfällt, automatisch. Aber die einmal cool sein und eine Abkürzung nehmen. Nö. Das ist... Okay, ähm. Wir reden nicht drüber. Keiner hat es gesehen. Versprecht ihr mir, das nicht zu sagen? Danke. Danke, danke, danke. Eine, zwei, okay. Ähm. Die Würfel passen sich der Leistung an. Mittlerweile. Ich meine, diese drei Sechsen am Anfang waren ja auch recht unverschämt. Ähm. Von daher, ähm. Peter, vielleicht... Okay, da wollen wir noch zwei. Vielleicht brauchen wir noch... Ein paar mehr. Ähm. Reise nach Jerusalem. Okay. Könnte zum Erfolg führen. Kann aber auch sein, dass es, äh... nicht zum Erfolg führt. Und wenn ich erster Platz werden sollte, äh, viel weiter nach vorne werde ich nicht kommen. Was ist das für ein Lied? Hm. Ja, immer schön nach oben schauen, wo sie sind. Und dann findet man sie auch. Wie ist das für ein Titel käme. Egal. Wir haben eine weitere Lohre uns geschnappt. Ich habe vielleicht noch so ein Glück gehabt und dann das nicht genutzt. Mist. Naja. Wer haben wir denn hier noch? Wir beiden? Und wir beiden. Soll ich im Finale? Neue Lieder hier, ich kenne das anders noch nicht. Okay, kann man sein, dass es ein halb Jahr neu ist. Ähm, weiß es nicht. Und... Noob Zero. Ich hatte den Glückwunsch. Hex. Was? Sind immer direkt Hex. Nee, nee, nee. Und zum Abschluss eine Drei. Ich nehme einfach, ich sage zum Abschluss, weil wahrscheinlich ich, äh, Pinkplayer, äh, bitte akzeptiere ich dir doch einfach, äh, weil ich gehe davon aus, dass er später vorbei ist. Jo. Fehler Platz, naja. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. GG, darf ich das wieder schreiben? Nein, ich schalte mich noch zu schnell. Aber naja, ähm, vielleicht sieht's... Wer hat das gehört? Ich bitte, äh, vielleicht sieht man ja das Video. Vielleicht ist das Video, ähm, dann auf jeden Fall auf diesem Wege, GG. Und, ähm, ja. Ich guck mal eben, wie lange nehmen wir denn schon auf? Da können wir auf jeden Fall noch eine Runde nach dranhängen von ungefähr der gleichen Größe. Komm, nehmen wir nochmal, haben wir den gleichen Map. 0 von 24 sind hier drin. Hier ist keiner. 53, vielleicht ist auch keiner drin. Ich würde sagen, wir machen nochmal die gleichen Map. Bis gleich. Tja, ähm, nur eine kurze Erklärung, was hier im Chat abgeht. Ich hab einfach mal geschrieben, es sind alle in meiner Aufnahme. Äh, jo. Das sind so ein bisschen die, äh, Reaktion. Ich würde einfach mal gucken, was passiert. Weil, das ist einfach total witzig, äh, zu sehen. Weil mittlerweile sind ja Minecraft-Videos an sich nicht mehr so besonders, ähm, auf YouTube tatsächlich, muss man ja ehrlich sagen. Und dann einfach mal so zu schreiben und ich kenne ja auch keinen Schwein, eigentlich. Aber, äh, jo. Jo, habe ich. Bin gerade auch in der Aufnahme drin. So, ne 4. Geht euch mal gut los, mal schauen. Pferderennen. Wie heißt du da? Genau so. Also, mal kurz bitte hier. Ähm, nicht, dass es gleich falsch rüberkommt. Ich möchte hier jetzt darüber, dass ich das schreibe, keine Werbung oder so machen. Ganz im Gegenteil. Ihr wisst meine Einstellung, ähm, ihr wisst meine Einstellung, ähm, Hauptsache ich habe da echt Spaß bei und, ähm, ja, ich schreibe euch gleich nochmal. Ich habe es mir da geschrieben, genauso, aber ich weiß nicht, ob es ankommt. Ich habe einfach Spaß beim Aufnehmen und, ähm, Spaß an solchen Reaktionen, wenn ich immer mal sehe, was da so geantwortet wird, tatsächlich. Also, weder, äh, Werbung auf Minecraft für meinen Kanal, noch, äh, an euch. Huch, wenn ihr das seht hier gerade, die gerade alle dabei sind, ähm, dass ich euch irgendwie hier, äh, zu swammen will. Alles gut. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Runde 2 von 2 und wir sind gerade, ich kann nicht schauen, wie viel Platz sind. Dritter, what? Eben, 14er, ähm. Okay, ja. Hallo? Lauf, Pferdchen, lauf, lauf. Jetzt bin ich vierter. Wow. Ich kriege diese Stelle nie hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich merke die zu spät und dann, äh, fliege ich ja mal fast runter. Aber, naja, ähm, bisher ist es zum Glück nicht passiert. Ja, äh, duty, darf ich wieder schreiben, endlich. Ähm. Dann schreibe ich mal kurz, äh, zu eurer Frage auf YouTube auf 10.5.000. Ja, ähm, was habe ich gewünscht? Ernsthaft? Ich habe nicht darauf geachtet, ey. Das dürfte aber eine 1 gewesen sein. Ähm. Tja. Ja, wirklich sub. Ja, äh. Ja, was sind auch so Reaktionen? Ähm. Etra-Rennen. Okay. Wollen wir es doch mal... Ähm. Ja, um rein. Wollen wir es doch mal versuchen, ähm, weil... Ihr kennt meine... Mein Glück im Elytra-Rennen, oder mein... Nicht vorhandenes Können, eher gesagt. Weil mit Glück oder Pech hat das nichts zu tun. Das muss man eigentlich mal lernen, aber... Oh, ich habe einen. Denkbar, ach der da unten. Ja, okay. Wenn man auch an einem vorbeifliegt, dann kann man auch nicht erwarten. What? Ich bin irgendwie blind. Kann das sein? War da noch ein Ring? Ach, hier. Ja, komm. Komm. Ja. Wow. Seid ihr echt alle gut? Wow. Ähm. Oh, das kommt mir in sofern vor. Kann auch sein. Eine 3. Äh. Okay. Feld 8. Platzierung Nummer... Was ist es? 8. Ähm, okay. Ach, das ist ein... Du meinst, da sehe ich gerade jetzt. Oh, wie süß. Ähm. Feld 8. Äh, 38... Äh, 21. Okay. Okay. Boast Brief. Okay. Weiter geht's. Okay. Komm, ein Doppelsprung. Oh Gott. Ich bin total eingerostet. Ich meine, ich behaupte nie, dass ich davor besser war, aber... Ich bin da doch schon, äh, noch mehr eingerostet als vorher. Komm raus. Ey, der steht vor mir und ich krepp ihn nicht. Und ich falle einfach volle Kanne. Nicht so rein. Also sowas von eigene Dummheit jetzt. Naja. Also nochmal schreibe ich es nicht. Was denkt der, das glaube ich nicht mehr mir, weil... Hier... Funky haben wir. Funky X, X, Programmer X, X. Ja, alles hier. Die ganze YouTube Community am Start. Halt dich für spiel wie der anderen Teamspickse, aber... Äh, nee, kein Interesse, vielen Dank. So, was machst du hier? Du sneaks hier... Und wartest, bis was... Bis Besserung kommen wird. Hm. Jetzt komm wieder runtergefallen. Äh... Naja, das ist auch eine Taktik. Der Lolli wurde von Batschiki. Heute viel Ease. Gezimmstet. Ich meine... Hm, ich bin keinem, welchem Server? Keine Ahnung. Hm. Kann ich leider nicht beantworten. So, was haben wir denn noch? Wir sind im... Okay, wir sind im Finale. Ähm, da geht das Finale ab. Äh, okay. Rausgesprungen, ja, Batschi. Ja, GG, genau. Ich werde vermutlich nicht schreiben können, sonst würde ich es wieder schreiben. Fünf. Oh, schon mal eine Steigerung. Aber ich müsste doch jetzt endlich mal einbindigspiel zumindest auf dem Treppchen landen. Das geht doch gar nicht hier heute. Das ist unglaublich. Naja, Platzierung 6. Aber es ist ja, nur 46 und diese für 32. Slimejan, das hatten wir doch schon mal. Nee, okay, wir hatten auch Pferderrennen schon mal, aber, ähm... Naja. Eben war es mal gar nicht so schlecht, aber die Konkurrenz war auch wieder mega stark. Oh, vielleicht soll ich einfach öfters nach oben schauen. Ich meine, es macht halt Sinn, damit man sieht, wo die Dinger sind, aber... Ich habe es irgendwie nie gemacht, aber ich weiß auch nicht. Es könnte echt was geben. Oh, wie knapp war das denn jetzt? Nein, kann ich GG schreiben? Ja, kann ich. Oh, aber es war echt knapp. Nein. Eine 4. Okay. Sehr erfolgreich ist die Runde heute, oder sind die Runden beiden heute nicht, aber naja. Hauptsache, das Spaß stimmt. Was habt ihr für ein Ping? Kann ich dir leider gerade nicht sagen. Weil ich das gerade nur interessiert, und ich habe auch gerade kein Mod oder so, wo ich das sehen kann. One in the Chamber. Okay. Wollen wir einfach mal starten, ne? Ah, Mist. Total verschossen. Pfeil! Ah, Mist. Ich bin schon wieder viel zu langsam dabei. Ich muss eigentlich viel... Viel mehr agieren hier, viel mehr reinkämpfen. Okay, nicht in die Pfeile laufen, ähm, das meine ich nicht. Boah, ey. Was ist heute los? Liegt's an der ungewohnten Uhrzeit für mich? Man liegt's an meinem niemals verhandeln Skill. Komm, hier einmal. Oh, Mist. Ähm, ja. Kein einziger Hit ist dann schon sehr traurig. Yes, immerhin mal wieder... Ein Kill und wieder... Wo sind wir denn? Platz 6. Komm, nein, nicht weglaufen. Okay, das war Rekord. Ähm, dann will ich ja nichts gesagt haben, über eine Leistung. Äh, aber ihr kennt mich, ja. Äh, naja, die Leistung von mir ist, naja. Kann ich die G schreiben? Naja. Naja, vielleicht fang ich auch demnächst mal an, ein bisschen zu streamen. Man weiß es nicht, einfach mal einen ganz entspannten Abend-Stream. Oder nachmittags eher, wo meine Zeit ist tatsächlich. Ähm. Das Timple ist geil. Ich hab einen persönlichen Rekord mit drei. Äh, ja, ich weiß nicht, wie viel ich hatte, aber mein persönlicher Rekord war jetzt auch nicht, äh, gerade mehr. Ja, also schon mehr, aber, ähm, glaub ich, wobei, ne, drei könnte tatsächlich stimmen. Aber ganz ehrlich... Das. Nicht weglaufen. Nein. Jetzt sollte ich aber weglaufen. Nein, ich bin nicht noch geschafft, hätte ich nicht. Ja. Tja. Äh. Libachi hat gewonnen. Geht schon. Äh. Naja, anscheinend doch nicht. Oder ging's jetzt in eurem Kampf? ich habe keine ahnung okay doch nicht so so drei haben dabei ich bin der platz von Ich weiß nicht, wie viele wir sind. Ich muss jetzt zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Boah. Ist in Ordnung. Fällt 25x46. Ich weiß gar nicht, was ich eben für ein Blast hatte beim ersten. Auch wenn sie fertig gekommen sind beim ersten Spiel. Es wird gespielt. Ampelrennen. Ja, da könnte ich eventuell mal eine Chance haben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Das Problem ist, manchmal mache ich viel zu spät. Also dann rechne ich mich nicht mit ein, weil ich ja noch springe und laufe. Dann rechne ich mich mit ein, dass das auch noch dazu zählt. Aber jetzt hat es gerade geklappt. Loslassen. Genau, das meine ich nämlich. Es war zu spät, weil ich halt auch gesprungen bin. Aber, ja, okay. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Außer da vorne passiert nur ein großes, viel zu überschätztes Laufen. Ne, passiert nicht. Ja, die Bilanz für heute, falls das Spiel jetzt vorbei sein sollte. Was ich glaube... Die Bilanz für heute ist kein einziges Minispiel, in dem ich irgendwie auf ein Treppchen gelandet bin. Ähm, naja, ich kann jetzt schon sagen... Und, ja, wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Das kommt bestimmt. Ich weiß nicht, wann das kommt. Es kann wieder ewig dauern. Es kann schneller gehen, je nachdem, was meine Motivation sagt. Was meine Zeit erlaubt. Ähm, ja. Ja, und in dem Sinne, wir sehen uns... Jetzt kann ich noch mal mein Skin hier zeigen. Endlich. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.